Willkommen zum Let's Play von Dune 2 Hell on Earth. Wir spielen heute Mission 27. Die hat's, denke ich, in sich. Ist mein erster Run, aber ich sterb gleich eh. Denke ich. Monster Kondo. Oje. Fuck, ey. Ja, da weißt du, was du hast. Monster Kondo. So, das haben wir hier noch so an Monster Krams, fiesem Zeug, was uns töten will. Hier gibt gar nichts auf. Das ist mal alles still. Wir wurden gerade einfach mal getroffen. Das Level ist verrückt, aber es macht ziemlich Spaß. Ganz witzig. Okay, das haben wir alles erledigt hier jetzt. Ähm, Frage, wo geht's weiter? So öffnen sich die nächsten krassen Türen. Hier hinten war ich jetzt auch noch nicht. Okay, das war heftig. Aber es gibt doch immer anscheinend ein bisschen Rüstung. Gibt es nochmal runter hier, oder? Ja, sehr schön. Wir müssen mal aufpassen, dass es so wenig einquetscht, glaube ich. Hier geht's auch schön hinter. Okay. Ach du schau. Aha. Nachtsicht. Okay, das können wir gut gebrauchen. Unsichtbarkeit verstehe ich bis zum jetzigen Zeitpunkt, wie gesagt, immer noch nicht. Das erwähne ich, glaube ich, öfter. Hm. Was jetzt hier? Bleibt jetzt offen oder nicht? Okay. Hier ist ja so jetzt auch erst gar nichts mehr. Was haben wir hier? What the fuck? Geil. Da lang. Da lang gehen. Okay. Was ist das hier alles, ey? Was haben wir hier wieder reingeraten? Keine Spaß. Ach du Kacke. Okay. Wir haben auch noch gar keine Keycard und so. Was? Was ist los? Scheiße. Ich will gerade sagen, da ist ja noch mehr drin. Und die Rakete fliegt weiter? Doch, die verfolgt mich noch. Jetzt hat sie mich nicht mehr verlassen. Was ist los, ey? Ja, und der letzte, hä? Weißt ihr das? Da wächst sich immer was. Der letzte, der blaue, der... Also, ich denke mal, wenn man die blaue Tür aufmacht, dann kommt es runter. Ich hab halt doch keine blaue Keycard. Was ist denn das? Äh, okay. Äh, das war jetzt unnötig. Was ist denn das für ein Level? Aha. Okay, vier Raketen. Ja, gelb haben wir nicht. Aha, jetzt sind wir wieder hier. Da kommt jetzt noch mehr. Aber, das haben wir mit Bravour gemeistert. Guck mal, was das hier alles ist. Hier geht irgendwie nichts. Ja, die gelbe Keycard haben wir nicht, ne? Äh, ah ja, das war... Okay. Das check ich nicht. Oh. Was ist das? Oh nein, ey, Leute. Was ist das für eine Volkranke Scheiße jetzt hier? Das wird doch wieder irgendein Blödsinn. Fuck! Wieso komme ich nicht vorwärts? Ja, cool Design. Damalige Verhältnisse mit diesen einfachen Mitteln. Mit den Leichen und so. Das haben sie sich schön ausgedacht. Okay, wir brauchen irgendwie was anderes. Okay. Fuck. Scheiße, ey. Die hat uns jetzt voll den Arsch gerettet. Die hat uns so den Arsch gerettet. Puh. Ja, hier rot am Arsch. Ich hab nicht mal ne rote Keycard. Ich hab gar keine. Überall alles metzlig nieder. Überall dräng ich mich vor. Und immer komme ich zu irgendeiner Tür, wo ich keinen Schlüssel zu hab. Und ich kann mir das doch niemals merken, wo diese Türen jetzt waren. Bis ich hier irgendwann mal an den Schlüssel komme, ist Ostern. Wo ist denn hier ein Schlüssel? Hier gibt's doch nirgendwo einen. Da, rot hab ich ja auch nicht. Oh weh, oh weh. Dieses Level wird, glaub ich, nicht einfach. Ich seh wieder nichts. Jetzt ist die Frage, wo könnte ich lang gehen. Da war doch irgendwo ein Schalter. Nee. Ah, hier geht's hoch. Guck mal, das ist aufgegangen. Das ist aber nicht hoch. Irgendwas ist hier wieder aufgegangen. Wo kamen die jetzt her? Hier vielleicht? Oh, ich bin bestimmt von hier. Ah, jetzt haben wir Unbesiegbarkeit und... Oh nein. Ja, das ist toll, aber... Okay, das bringt nicht viel. Das lässt sich das Teil hier runter. Okay, also ich weiß auch nicht so recht, wo es hier weitergehen könnte. Hier war ich ja schon. Hier ist ja wie gesagt die blaue. Ach so. Da waren nur irgendwelche Typen drin. Mensch, ist das schwer. Vielleicht haben wir einfach hier was übersehen. Vielleicht gibt's ja... Hier, guck mal, da ist ja noch ein Schalter. Und was ist denn da noch ein Schalter? Kann ja nicht sein, oder? Und der leuchtet auch noch kurz. Ach, der macht ja doch... Irgendwas macht der doch auf. Ah, hier. Ach, wie geil. Ach, wie geil. Schaut euch das an, das ist in einem Himmel. Guckt mal, was es hier alles gibt. Ist das ja verrückt? Das klickert ja nur so rum. Okay, ähm, hm. Das mach ich jetzt hier. Ich hab immer noch keine Keycard, ne? Das wollte ich nur nochmal anmerken. Hier drin ist auch keine Keycard. Das ist alles scheiße. Ich brauche eine Keycard, bitte jetzt. Gleich, ja danke, jetzt. Danke, gleich. Ja. Scheiße. Auch wieder rot, okay. Das wird ein Problem. Also hier haben wir blau, da können wir letztlich zu rot. Das haben wir hier toll runtergelassen. Vielleicht sollten wir da einfach nochmal runterlaufen. gelb. 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 Scheiße, da haben wir was. Also kommen wir hier dahin. Ja, und der Pfeil zeigt nach da hinten, schon klar. Schön nach da hinten gehen. Ja, ja. Das bringt noch nicht so viel. Das ist einiges, aber... Das ist eine Keykarte. Die gibt es hier nicht. Geht's hier weiter? Also ich glaube hier, an der Stelle können wir abbrechen. Hier ist einfach nichts mehr. Ohne Keycard kommen wir hier, denke ich nicht weiter. Jetzt gab's hier aber ja noch mehr Türen. Ich glaube, ich sehe da gar nichts. Hier ja zum Beispiel. War ja ne Tür. Ah ja, da geht's noch weiter. Wow. Wir werden gleich dick beschossen und den müssen wir ganz dringend loswerden hier, die Kollegen. Oh, und den müssen wir auch ganz dringend loswerden. Okay. Ja, wir haben 99 Hells überlebt. Das ist eine ganz gute Bilanz. Jetzt müssen wir uns hier mal umgucken. Fuck. Ist wieder was ausgegangen. Oh, ne, Güte. Man kommt gar nicht mehr nach. Aber das Level ist echt cool, muss ich sagen. Das macht wirklich Spaß. Das ist ein schönes Design. Man kommt auch gut durch. Man muss sich ein bisschen konzentrieren und es fordert. Aber es ist jetzt nicht so übermäßig Spielautomaten-Akkad-mäßig schwer. Aber bevor ich jetzt da hochgehe, hier sind doch wieder... Wow, und habt ihr den gehört? Das ist doch wieder so ein... So ein beschissener, verkackter, äh, Flammentyp. Hier. Der will aber nicht sterben, ne? Jetzt haben wir ihn. Da war noch einer. Mann, Mann, Mann. Und hier haben wir die gelbe Knie. Was? Boah, wir hätten einfach die Unbesiegbarkeit nehmen können und hätten sie mit, keine Ahnung, der Pistole erledigt. Scheiße. Ey, ich weiß nicht, was das hier macht, ne? Schon wieder? Ja, jetzt rein. Jetzt bin ich unbesiegbar. Und, ja. Könntest du mich mal. Einfach. So. Ich blick, jetzt geht's hier schon wieder mit so einem Minigame los. Und man sieht halt auch die blöden Totenschädel nicht mehr, ne? Ah, hier geht's zurück einfach, oder was? Was macht das? Geht gar nicht. Das macht zurück. Okay. Was macht das jetzt hier? Ja, servus. Meine Fresse. Ist bei uns so wirklich gelohnt. Ah, da oben ist ein Knopf. Ja, der fährt das nur wieder runter, bestimmt. Sonst ist hier nichts. Ja, genau. Okay, aber egal. Wir haben ja jetzt, immerhin, wir haben jetzt die gelbe Keycard. Mit der gelben Keycard könnten wir irgendwo lang. Das eine war aber nur... Ah, wo war die gelbe Keycard? Das eine war ja nur blau und rot. In dem einen Raum. Jetzt suchen wir gelb. Gelb. Wo war denn gelb? Jetzt geht's los. Okay. Ja, wir kriegen aber wahrscheinlich auch sonst irgendwo eine andere. Wir müssen gelb nehmen. Und mal gucken, wo die jetzt war. Die Tür mit der gelben Keycard. Ich weiß auch nicht so genau, wo wir da ansetzen sollen. Können wir mal gar lang gehen. Äh, da ging's doch normal irgendwo lang. Also, das ging doch auf, dachte ich. Wann geht das jetzt nicht mehr auf? Wann hat das aufgehört? Aha. Jetzt geht's wieder auf. Ich vermute, dass hier schon mal irgendwo jetzt... Dann müssen wir bestimmt durch diese andere Tür da wieder. 100 pro. Oh, ich seh wieder gar nicht. Äh. Ah, ja. Äh. Gelbe Keycard. Die gelbe Keycard. Wo könnte... Das sieht doch gelb aus. Guck mal, wir haben die gelbe Keycard gefunden. Wie geil ist das? Oh, 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 oh. Das sieht... Das sieht mir ganz, ganz böse aus hier. Das sieht mir so nach, ich will damit nichts zu tun haben aus. Kann man jetzt einfach wieder mit der blauen Keycard abmauern? Äh, ich hab's mir fast gedacht. Äh. Hä? Bin ich? Das ist doch nicht das gleiche, weil warum ist da jetzt ein blaues Teil? Jetzt kann ich das runterlassen. War schon heavy, aber... Jo. Geht schlimmer. So ist es jetzt nicht. Jetzt haben wir wieder 200. Ich hab nicht wofür. Die gehen alle nicht auf. Das geht auch nicht auf. Ja, wir haben halt die blaue jetzt, ne? Kommen wir da jetzt raus einfach? Nein! Nein, kommen wir nicht. Jetzt laufen wir... Hä? Das geht auch nicht mehr? Irgendwie ist es jetzt im Arsch. Was ist denn jetzt los? Ist es viel jetzt kaputt? Ist es gebackt? Wir haben die blaue Keycard. Wir haben die gelbe Keycard. Ich hab hier alles... ...aufgemacht. Bin hier überall lang gelaufen. Jetzt gibt's hier keinen Ausgang oder was? Einfach mal so. Mal knallhart einfach jetzt so. Hier ist jetzt... Schicht. Kannst du dich verarschen? Hä? Das muss ich da drauf schießen wieder? Pfff. Okay. Guck ich dir mal den Knopf hier. Hmhm. Jetzt sind wir draußen. Boah, jetzt hat die uns noch getroffen. Oh, wow, wow, wow. Alles klar. Was sitzt hier denn noch drin? Und überhaupt mal, ne? Mal ganz grundsätzlich besprochen jetzt. Wo soll ich denn hier lang? Ah, okay. Ja, tschau. Ja, tschüss ey. Was ist los? Scheiße. Tee liegt jetzt um, super tight. Ich glaube, was passiert. Hä? Bin ich hier jetzt? Warum bin ich hier? Okay. Ich bin hier. Krass. Ähm, die blaue Tür. Hallo, blaue Tür. Boah, fuck. Da haben wir rot. Porno. Geil. Also wir sind natürlich munitionstechnisch jetzt ein bisschen... Na wobei, 257 Schuss. Ich nehme alles zurück. Wir sind super aufgestellt. Ist alles in Ordnung. Jetzt haben wir die rote Keycard. Und können durch diese schöne Tür hier gehen. Wo wir ja eh schon alles beseitigt haben. Und hier muss es irgendwo die rote Tür geben. Ich weiß nur nicht mehr genau, wo. Darunter. Bezimmlicher Sicherheit. Und dann davor. Ja, und das Exit. Schaut mal. Jo. Danke fürs Zuschauen. Unten links der Link zum letzten. Unten rechts der zum nächsten Video. Wir sehen uns dann... Oh Gott, wir sind jetzt 27 schon. Das ist gefechtig. Oh, wir sind dann. Tschö. Oh, wir sind dann.